Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Allein sein hilft nicht und ich möchte auch nicht allein sein. Warum soll man sich die letzten 20 Jahre, die man hat, nicht noch verschönern? Einfach mal für zwei Wochen Single zu sein, tun und lassen zu können, was man will, ist das ein Stück Freiheit. Wenn man zu Hause rumsitzt, dann ist es tödlich, dann stirbt man auch früher. Meine erste Hauptaufgabe ist eben, Kavalier zu sein. Grundsätzlich ist ja nichts verboten, nur manches ist nicht erlaubt. Man flirkelt recht lustig und weiß genau, dass es hier eben so und sonst nicht ist. Ich bin ja doch nicht abgenallt. Absolut nicht. Es geht um die Potenz, weil die Männer nicht mehr können im hohen Alter. Um was? Um die Potenz, mein Lieber. Ja, wir sind. Untertitelung des ZDF, 2020